Oh nein! Hallo! Nein! Ich dachte, du warst da fest! Ich habe eine Schade an dem Bremsen dabei, aber ich war nicht hoch genug und bin runtergerutscht. Schau, Aris! Fünf, meine Freunde und herzlich willkommen! Heute wieder Losers gegen Mepa Bauer! Losers gegen Aris! 4 zu 2 steht es gerade und heute machen wir 5 zu 2 draus! Bingo! Diko, meinst du? Aris, ganz kurz! Ja? Es hat geklingelt, ich muss kurz los, bitte eine Sekunde warten. Bing bong! Eins! Bing bong! Sie fahren einfach weiter! Ich dachte, ich könnte ihn träumen! Ich könnte alte Videos machen! Shit! Nice try! Okay, hinterherfahren, denn zwei Runden sind eingestellt! Genau! Fuck! Ich dachte, ich muss Aris hinterher fahren! Jetzt habe ich nur noch geschafft, aber jetzt ist Aris weg! Oh! Oh! Nein! Du musst da drehen! Annäherungsmine ist da, ne? Ciao! Marvin, du musst bei den ersten zwei Sprüngen nach oben abspringen und beim dritten Sprung musst du dich drehen, rückwärts, da bremsen! Ach so! Beim Aufkommen! Ich fahr dir einfach mal hinterher, ne? Hallo! Ich habe keine Ahnung, ob ich das auch hinkriege! Der hier war auch relativ easy! Waaat! 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 Dem Aris hinterher! Ey, oh was geht! Dem Aris hinterher! Ey, oh was geht! Waaat! Er hat doch gerade verkackt! Ja, da ist er doch! Sehr schön! Hallo! Nee, jetzt kann ich dich wegräumen! Ja! Was ist das denn? Boah! Junge, wie soll ich das? Wie soll ich? Wie soll ich? Ah! Ah! Nein! Hallo! Nein! Ich hab niemand dafür erst! Ich hab den Schaden an dem Bremsen dabei, aber ich war nicht hoch genug und bin runtergerutscht! Ciao Aris! Ciao Aris! Okay! Anstrengend! Ey! Ich find's gut, dass der Aris auch Probleme hat! Boah! Ich hab das Drehung einfach nicht! Drehung! Auch bei dem Bremsen oder was? Ne, ne! Einen davor schon! Hä? Achso! Lol! Richtiger Kacknapf! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Richtiger Kacknapf! Darf nicht so hoch springen bei dem Dingern! So, gerade lieber Fran! So! Er hat's geschafft! Scheiße! Die Aris! Die Aris! Die Aris! Die Aris! Okay, Marvin! Also wo hängst du jetzt? Bei dem zweiten Sprung oder was? Immer noch beim zweiten! Nicht einmal geschafft bisher! Lol! So! Wobei ich hab... Fuck! Jetzt bin ich zu tief gesprungen! Ich schaff den zweiten einfach nicht! Keine Ahnung! Ich hoffe in der zweiten Runde klappt es besser! Denn wir haben hier eiskalt zwei Runden! Hoch genug! Aber nicht zu hoch! Um dagegen zu... Und! Ich hab's geschafft! Okay, jetzt muss ich die Wände schaffen! Ich muss die Wände schaffen! Ich muss die Wände schaffen! Ich muss die... Meiii! Ja, Mann! Alter! Alter! Ich hab's geschafft! Boah, Mann! Das ist groß, Junge! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja? Aris ist nicht... Oh, zurückgekommen! Das heißt, das war easy! Hier ist der Punkt! Keine Feier, Junge! Okay! Okay! Auf geht's! Auf geht's! Okay! Das hab ich zum Glück für Strike geschafft! Das fand ich nicht so schwer! Den Dreher, oder was? Ja, ja, genau! Ich hatte nur Probleme mit dem Weitsprung! Ja, da hab ich... Zweite Runde werden wir jetzt rasieren! Oh! Das heißt, Marvin ist es auch durch, oder was? Bin direkt hinter dir, ja! Hallo! Ich dachte, du bist so ein Profi, ne? Ich bin so ein... Oh, Tunnel! Oh nein! Tunnel! Marvin, du musst mittig bleiben, wenn du runterkommst! Okay! Also Spirale mittig bleiben, weil der Tunnel relativ mittig ist und Huckel hat! Ja! Und speeden! Ja! Kipp, kipp, kipp! Aber Aris ist hier auch nicht mehr, ne? Das heißt, da muss ich schon wieder ein Stück weiter sein! Hallo! Ein Punkt weiter! Hallo, Mr. Alles! Hallo! Hallo! Alles hat's! Alles hat's! Alles, Mr. Alles! Hallo! Oh, ne ganz große Micha-Scheiße hier! Was muss ich hier machen? Ah, okay! Ich fahr jetzt zurück! Ich fahr jetzt alles ganz zurück! Ich fahr unten! Ich fahr unten! Ich fahr oben! Wuhuuu! Oh, Alter! War richtig groß in Micha-Scheiße! Natürlich verkack ich! Kann ich mich hier noch retten? Wo hast du verkackt? Beim Tunnel? Ja! Du musst in den Speed reinfahren! Oh nein! Da ist ein Punkt! Ich muss in den Speed reinfahren? Ja! Ach, da! Wuhuuu! 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 Ich hab aufgekackt! Alter! Okay, das mit dem Speed, das war... Uiuiui! Gleich kommt die Lernkurve in Runde 2, dann werden wir ihn richtig auseinander nehmen! Oh yeah! Mega, Aris! Er wird weggesäbelt! Nix da! Nein! Ich fahr dagegen! Ich fahr einfach jetzt schon mal alles falsch und gleich mach ich alles richtig! Hast du dich schon wieder verkackt? Doch! Ich bin gegen den Board King gefahren, wo wir gleich auffahren müssen! Ach so! Ja, du musst da ein bisschen oben halten! Seh, seh! Okay! Hab ich möglicherweise wieder geschafft! Ich hab den, äh, Micha auch geschafft! Ja! Okay, sehr gut! Xer! Xer! Deko-Rückweg! Okay! Ich fahr jetzt nach oben! Ich fahr ein bisschen langsamer! Deko fahren! Hier lang! Oh Marvin, du musst dich in dem Tunnel ein bisschen oben halten! Das ist eine Sperre! Ich hab's geschafft! Ja, ja, ja! Sehr schön! Hallo, Mistel! Alles! Hallo! Da ist eine Blockade unten! Ja, ja! Hab ich schon gesehen! Lol! Ja! Hä? Nein! Aris! Hä? Wann ist... Wann ist denn das hier?! Das Schmier! Hä? Spirale da oben! Oh! Hallo! Mistel! Mistel! Oh, da ist er ja! Hahahaha! Wer ist er hier?! Der Ding hat diese Aussortiere, Alter! Oh! Ich weiß aber nicht, ist das so eine Spirale, wo man mittig gefahren muss? In dem Loch quasi? Hin und her! Hallo! Oh nein! Hallo! Nein! Der Ding hat diese Aussortiere! Ja! In einer Art Schere! Das war Klingonisch für Scherenbewegung! Kämpf! Kämpf, Baby! Alter, okay! Einen Weg habe ich! Da bin ich beim zweiten! Was kommt da noch? Junge! Loll! Loll! Aris! Ich habe es geschafft! Du musst unten fahren! Fahr langsam, wenn du es geschafft hast! Okay! Ich will es jetzt wieder haben! Come on! Streck nicht an! Ja, ich habe es wieder! Okay! Ich habe jetzt auch den Weg raus! Das heißt, ich sollte das jetzt in der zweiten Runde viel, viel einfach rein kriegen! Oh! Einfach langsam fahren, dann ist das gar kein Problem! Okay! Ey, Junge! Aris! Hallo! Hier! Ich weiß ehrlich nicht, was ich da falsch mache! Ich weiß nicht, warum ich mich ständig so hart überdrehe! Puh! Nein! Ey! Junge! Ich... Ja! Ich stelle mich richtig dehnlich an bei der Kacke, Alter! Echt? Das kann nicht wahr sein, dass ich noch nicht einmal da vorbeigekommen bin! Jetzt eng ich mal an! Aber ich überdreh mich hier aufständig! Jetzt nimm's kacke aus! Jetzt mach mal! Okay, hier Mitte, hier lang! Nein! Kämpf! Zieh! Hä? Du dreckige Scheißkarre! Was? Unsichtbar! Komm! Bieten! Nein, tu das nicht! Tun sie das nicht, bitte! Nicht verarschen hier! Nicht verarschen lassen! Bruder muss los! Ja! Eigentlich brauche ich relativ schnell! Uh! Ja! Okay! Das hast du hier wirklich fair gemacht! Okay! Ach! Es ist immer noch vier Minuten vor mir! Ich muss langsam fahren, sagt Marvin! Mhm! Hä? Was war denn hier noch? Nein! Wenn du schnell fährst, dann cruist du oben raus! Und jetzt kommt Formula, oder was? Yes! Formula! Aber ihr habt's endlich geschafft! Mutasius! Auch Deko, der Halbzeitenspastiker! Er ist durch! Ah! Nein! Oh! Der letzte! Der letzte! Der letzte! Ich muss doch ein bisschen aufwohnen hier! Bist du schon in der ersten Runde durch? Ja! Ich? Ich bin bei Punkt 13 von 33! Ja dann, äh, machen sie mal, wie sagt man, schneller! Komm ich da noch durch! Oh! Ich kann das nicht einschützen! Hallo! Anyone? Okay! Ich muss auch schaffen jetzt! Ich muss mich hier, äh, rehabilitieren! Wo sind die Container? Oh! Uh! Uh! Links! Leuch! Leuch! Der scheiß ist unsichtbar! Yes! Alter, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Komm, komm, komm! Oh! Okay, ich bleibe einfach mittig in den, in den Schlongs hier drinnen! Ja, ich dachte mir... Oh! 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 Baby! Okay! Ich bin, ich bin, ich bin durch! Sehr gut! Er ist geschafft! Also, glaube ich! Ne, eine Sache musst du noch machen! Dann bist du gleich bei mir! Okay! Oh! Das heißt, wenn es schon durch ist! Alles! Okay, Marvin, anstreng jetzt! Ja, ich bin jetzt im Triad-Modus! Lass nicht den, äh... Nein! Schlong, Schlong, Schlong hängen! Oh! Fifty-Fifty-Chance jetzt auch noch! Aris, muss da sein! Hast du dich gerade was davon gesagt mit fair? Das ist fair, Mann! Okay, sag mir! Oben, unten, oben, unten! Sag ich dir doch nicht! Okay, anfangs unten! Wie ich Aris kenne, ist danach nochmal unten! Okay, es ist oben, unten! Ne, unten, oben! Was jetzt? Es ist niemals nur im Wechsel! Das wäre viel zu einfach! Also, wir starten mit! Unten, oben! Unten, oben! Oben, 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 unten! Merkt ihr das schon mal? Unten, oben! Jetzt fahre ich nochmal unten, oben! Unten, oben! Ey! Okay, es ist unten, oben, unten! Ich bin bisher in jeden reingefahren, Dicke! Und jeden! Unten, kurz! Ah, fuck! Das war unten, ne? Ich fahre oben rein! Okay, jetzt weiß ich aber... Ey! Okay, aber wir sind zu zweit hier! Wir können es schnell testen! Ey! Unten! Das heißt, unten, oben, unten, oder was? Ey! Ja, bisher! Ganz ehrlich, jetzt fahre ich wieder nach oben! Das ist mir sonst zu blöd! Ne, ich fahre jetzt nach unten! YOLO! YOLO! Ja! Ja, es ist doch! Nochmal unten! Und? Der letzte oben! Ja! Unten! Nein, da ist noch mehr! Ja, und danach! Ey, ganz ehrlich! Ich hab's schon wieder vergessen! Am Ende ist du nach oben! Am Ende ist du nach oben und dann mit dich fahren! Da hast du einen Container! No! Hell! Okay, also es war jetzt unten, oben, unten, unten, oben! Also es war unten, oben! Unten! Nochmal unten! Und jetzt oben! Jetzt nur noch oben! Ja, jetzt können wir nur noch durch die Löcher fahren! Das ist doch super! Nur noch durch die Löcher! Ich hab gerade noch ein falsches Loch reingehauen! Ne, oben, oben! Nein! Oben und danach kommt direkt ein Container! Ich bin schon wieder reingefahren! Ey! Ganz ehrlich! Oh! Ich hab's geschafft! Container! Er ist durch! Danke für den Tipp! Ich hätte sogar den Tipp gebrauchen können, wo der Container ist! Aber er war mittig! Das ging! Okay! Der Formular ist im Einsatz wieder! Was kommt jetzt? Wie weit ist er denn schon? Der noch 4,18! Digga, ich bin bei Punkt 19 von 33, ne? Der überrundet uns gleich noch bestimmt! Ich glaube auch! Hey! Warum bin ich abgeflogen? Wenn du in Ego-Sicht bist, du brauchst mindestens deine 100 MPH! Wenn du die nicht erreichen solltest... Uuuuuh! Du brauchst mindestens... Ich bin kein Tipps, Alter! Ich bin kein Tipps! Ja, alles klar! Hey! Was ist da hier los? Hallo, hallo! Was ist da? Was ist das für eine komische... Marvin, da kommt eine komische Sperre! Ich hab keine Ahnung! Ich weiß es nicht! Ich hab's nicht gesehen! Ja, die Sperre! Ja, ich seh sie auch! Du musst da glaube ich... Muss man in die Röhre reinfahren? Okay, aber da explodiert! Ich hab keine Ahnung! Und? Äh... Hä? Was? Ich hab keine... Pussy? Warte mal, ich bin jetzt hier gelandet! Ich sag hier... Hast du so irgendwas gesehen? Ist das richtig hier? Warte mal... Ne, ich bin jetzt in der Röhre und ich fahr jetzt hier auf der Straße weiter... Und ich glaube, hier ist der Punkt, aber ich bin unten falsch! Hä? Unten ist falsch? Du bist hier richtig, Marvin! Du musst nur die Brücke hochfahren! Hä? Was machst du denn? Wieso fährst du zurück? Ich dachte, das wäre falsch! Nein! Du musst hier... Hä? Wo bist du denn? Ich bin hier direkt bei dir! Hallo! Ja, das ist richtig! Hier musst du lang! Das ist richtig! Okay! Also, glaube ich! Ich weiß, ob der richtige Weg ist, aber theoretisch... Hier ist der Punkt! Okay! Ich glaube... Wir hätten die mit der Decke langfahren müssen, oder was? Eigentlich hätten wir an der Decke langfahren müssen, ja! Hä? Keine Ahnung! Ich weiß nicht! Ich kenne den Weg da nicht, Alter! Das ist so... So komisch kreuz quer gebaut, Alter! Komm alle weiter, Alter! Was ist los mit euch? Ja, dann bau den Scheiß richtig, Alter! Das sieht man doch! Kein Stück sieht man da irgendwas, Alter! Aber hallo, Alter! Da ist so ein richtiger Arschknoten drinnen! Ja! An dieser Scheiße! Vorbei! Trottel! Ja! Ja! Ey, ganz ehrlich! Jetzt ist doch schon 6 Minuten nach mir vorbei! Das ist doch hier! Nicht mehr dein Ernst, oder? Hey! Aber Tegu, ne? Wo verkackt der gerade? Kann es sein, dass du dumm bist, oder sowas? Was? Das muss man mal nachfragen, ja! Hallo? Nochmal? Wer wie was? Kann es sein, dass du dumm bist, oder sowas? Ja, sehr gut! Hast du ne Bundeswehr? Was für Bundeswehr? Ja! Ich hab irgendwas im Bundeswehr verstanden! Der tut's auch! Also! Zweite Runde sind wir jetzt! 6 Minuten! Ja, finally! Hat Aris Vorsprung, ganz ehrlich! Ich glaube, das ist verloren! Aber Aris ist nicht mehr hier, ne? Wo hängst du gerade, Aris? Wo? Alles First Try schaffen! Komm, Marvin! Challenge! Alles First Try! Wo hängst du gerade? Darf ich den nicht! Alter! Bestimmt beim Tunnel, oder? Bestimmt beim Tunnel! Ich glaube, danach war er so schnell weg die ganze Zeit! Okay, ein bisschen nach oben springen! Ein bisschen hier lang! So! Habe ich recht, Aris? Habe ich recht? Nein! Ey! Schon wieder nicht! Ich habe einfach Probleme mit dem zweiten Sprung! Ein bisschen mehr noch nach oben! No! Ich bin zu weit nach oben gesprungen! Ich bin da gegen die Warwickler drüber gestoßen! Scheiße! So viel zum First Try Challenge! Ja, First Try war echt für den Arsch! Komm schon! Aris! Alles! Hallo! Alles! Hallo! Alles! Hier ist wieder Mädchen! Was?! Ja! 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 Ey! Ist klar! Ey! Hauptsache, dieser Team war so am schwitzen! Er dachte, er wäre in einer Sauna! What?! Ich bin schon wieder zu hoch gesprungen! Okay! Ja! Respekt! Welche Zeit hast du? Ähm... 18 Minuten irgendwas! Nein! Ich meine für die zweite jetzt! 6 irgendwas! 6,33? Ja! 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 Ich bin die zweite Sprung, wo das Huf eigentlich durchgekommen ist! Ey Junge! Jetzt verkack ich den ersten Sprung! Halb mal die Schnauze jetzt! Ich muss mich konzentrieren hier! Mie mi 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 mi! Oh mein Gott ey, ich schaffe diesen zweiten Sprung einfach nicht! Ich habe gerade beim ersten Sprung verkackt, weil ich zu hochgesprungen bin. Es kann nicht wahr sein, ist doch eigentlich so eine, simple Fickscheiße hier, diesen verfickten scheiß Sprung zu schaffen. Ja! Du musst eigentlich nur mittig fahren und dann nach oben ziehen. Oder von unten nach oben. Das war's! Aber jetzt mach ich es nochmal! sie ist unglaublich die größte die superhexe sabrina links war hier das hindernis und rechts kann man jetzt einfach jolo fahren ich weiß aber mal jolo hier a deko macht das auch an der stelle wirst du gleich sehen das kann doch nicht wahr sein ich bleibe zum zehnten mal den containern hängen hier mit dem formular kennt man das ist doch nicht so schwierig war wie das sagst du zu meinem wort auf feier ich sag dazu ich habe einen ring um meine eier hier schnürt mich ein und das tut weh und er macht mich geil und macht mich eier ring um die eier perfekte das hat mir sehr sehr gut gefallen 14 45 jetzt deshalb na geht besser und jetzt darfst du ganz rechts ja ja wirklich ich lasse die ganzen hindernisse in ruhe war nur komplett recht und dann bist du schon nach hier rum oder was ah ah lol okay so war es doch ganz easy geiles rennen hat mir sehr sehr gut gefallen leider seit lange mal wieder verloren aber auch so eine niederlage muss man einfach sich mal gönnen wenn es euch gefallen hat daumen nach oben schaut mal rein gehauen ja